Das ist die 10er Racket Bag von Dunlop, wie der Name schon sagt, passend für 10 Schläger. Die Tasche besteht aus drei Hauptfächern. Zwei äußere Hauptfächer haben eine Belüftung, das heißt ideal zu verwenden für Schuhe und Textilien. Das mittlere Fach für die Tennisschläger hat eine Thermoprotektionsfolie, dass die Tennisschläger immer schön gekühlt bleiben, auch bei hohen Temperaturen. Zusätzlich hat die Tasche noch zwei kleine Außenfächer, in diesem Bereich für das Handy, für Telefon oder auch für Tennisbälle. Auf der Rückseite natürlich die ganz wichtigen Tragegurte für diese Tasche, dass man die Tasche als Rucksack verwenden kann. Zusätzlich auch hier schön mit Schaumstoff eingearbeitet in den Bereichen, dass man die Tasche auch komfortabel tragen kann. Das ist die 10er Racket Bag von Dunlop, erhältlich in vier verschiedenen Farben. Roververige Racket Bag